Pascal Hilbe, wir sind alarmiert worden zu einer eingeklemmten Person unter einem Pkw. Vermutlich durch Reparaturarbeiten oder sonstiges ist der Pkw auf die Person gerollt. Wir sind alarmiert worden zu einer Person unter einem Pkw. Beim Eintreffen ist die Person unter dem Pkw eingeklemmt gewesen und wurde bereits von der Rettung erst versorgt. In Absprache mit der Notärztin wurde gemeinsam mit der Ostfrau Erhard mit Hebekissen die Person befreit. Der Hubschrauber wurde auch durch die Rettung angefordert und ist auch fort gewesen. Nein, der Patient wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert. Ich habe nicht mit dem Pilot gesprochen, daher kann ich da keine Auskünfte geben. Im Einsatz war die Ortsfeuer Höchst und die Ortsfeuer Hart mit jeweils vier Fahrzeugen und mit ca. 70, 80 Mann. Danke.